So, Simona, wie geht's dir denn heute? Ja, ist gut, noch? Ja, noch gut. Bist du aufgeregt? Ja, ich glaube, die Nerven kommen erst, wenn die Tür aufgehen soll. Genau, spätestens wenn wir da sitzen, dann fängst du an zu schreien. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. 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 Das war's. Vorne 2.000 Meter haben wir jetzt. Wie geht es dir? Schon aufgeregt? Doch, ich. Alles klar. Ich wünsche dir viel Spaß, ja? Sehr gut. So, dann geht's mit der Brust los. So, dann können Sie die Brust los. So, dann können Sie die Brust los. So, dann können Sie die Brust los. So. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wow! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018